Alle an Bord, wir fahren ab. Hey, hör mal auf mich zu hauen. Ja, hör mal auf dann. Ich will klettern. Und schaue mir. Leute, ich geh mal grad vom Steuerbecken, guck mich mal an. So, ich bin wieder bei euch reingepackt. Ja. Gott, danke. Auf einmal dahin zu fahren. So, ich wollte mal ein Bild von dir. Achtung, Frau am Steuer. So. Oh Gott. Und sie sieht noch nicht mal über das Lenkrad hinaus. Diese Arme, ey. Wir hinterbächten einmal Kletterspizetten mit. Okay, ich bin link. Nein. Oh nein, 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 nein. Oh nein, nein, nein. Scheiße! Nimm im Doppel Löwenpack. Okay. Fickt euch doch, ey. Schnell mal für die Vitra trainieren. Das klingt ja so arme. Guck dir das immer an. Aber die Geier kreisen schon über ihn. Die sind direkt am Schiff. Ja, aber die macht nichts mehr, oder? Ja, doch. Oh Gott. Wenn die jetzt rauskommt. Wenn die jetzt rauskommt. Wenn die jetzt rauskommt. Wenn die jetzt rauskommt. Sie wäre am Arsch. Das war der Gähne. Ich glaube, es ist ein Trick-O pas. Wie hängt. Das war der Frite. Wie hängt. Das war der Gähne. Das war das. Der Schiff. Dere Jäu. Das war der Schiff. Auf der Schiff. Jetzt ist sie kaputt. Hei hinter dir! Hei hinter dir! Schwimm schneller! Fahren wir erstmal hier zu der Insel, gib uns das ab! Ich war's! Ja, ne, ne, ne! Sieht! Bist du Goldi? Hey! Geht sehr gut, richtig! Er hat sich in der Höhle eingegraut. Ja, ich kippe die Wege! Die ist hinter uns! Das wird halt nicht. Das Boot fährt nicht! Ähm, wie sind wir drinnen? Ui, das ist weird! Das ist eklig! Ich bin auf der Hydra! Scheiße! Ja, hab du Gaming verloren! Oh nein! Scheiße! Nicht gut fürs Video! Ja, das ist gut fürs Video, aber nicht für die Gesundheit! Das Boot fährt nicht! Was ist denn mit dem Boot los? Keine Armut! Oh fuck! Feuer! Ich brenne! Ich bin mit Wasser! Ja, ich auch! Jetzt Wasser! Das Boot fährt nicht los! Das bedeutet Krieg! Ich bin auf der Hydra! Du auch! Wo bist du denn? Ich? Ich bin mit Wasser! Ja, wie denn? Ich komme schon hinterher! Hier ist zwar ein Manta, aber der haut von mir ab! Ich find's lustig, die versuchen halt die Hydra zu platt zu schießen und die schießen sich gegenseitig ab! Ja! Wurde die Länder raus? Ich hab tot! Obdessen Chris, was vielfaltvolle Frimination ist? Halt doch! Wo ist dein Calum raus? Haben. Ich hab's. Autsch. Ja, irgendwo müssen wir durch. Geschafft es. Yes, ich hab'n. Das war so das Staffelfinale meines Atlas Let's Play Together und gleichzeitig auch das Ende von Atlas Season 3. Wir befinden uns aktuell schon in der Season 4 und bevor ich dazu noch komme, möchte ich mich noch bei allen bedanken, die bei diesem Projekt mitgewirkt haben. Vor allem die, die bei der ursprünglichen Chaoten auf C-Crew mit dabei waren, die dieses Let's Play mit mir gestartet haben. Und da möchte ich gleich einen ganz besonderen Namen erwähnen, nämlich Crazy Addy. Vielen Dank fürs Zusammenzocken. Du warst der Erste, der wirklich sich meiner Crew angeschlossen hatte. Es hat riesen Spaß gemacht. Leider konntest du durch gewisse Gründe später nicht mehr mit uns zusammenspielen. Das hat mir extrem leid getan und wie ich schon öfters erwähnt habe, wir würden uns riesig freuen, wenn du früher oder später wieder zu unserer Crew dazustoßen könntest. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Und ja, auch danke an alle anderen, an die Eat Fresh Crew, die das Ganze noch ein bisschen aufgepeppt haben, mit denen wir hier bis zum Ende durchgehalten haben. Es hat riesen Spaß gemacht. Und ja, ich möchte mich auch bei den Abonnenten bedanken, die in der Zeit dieses Let's Plays dazugekommen sind. Ja, ich weiß, es sind nicht allzu viele Folgen erschienen, weil ich habe einen anderen Schneiderstil probiert. Das hat ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen, genau wie für dieses Video hier. Da habe ich mir extrem Mühe gegeben, aber ich musste halt auch über 20, 25 Stunden Videomaterial mir durchsehen. Und das kostet alles Zeit. So, und ja, bedanken meine Abonnenten. Und wofür ich mich vor allem bedanken möchte noch sind die 14, 15 Zuschauer, die wirklich jedes Video regelmäßig liken. Dafür vielen Dank. Ich hoffe, es wird in der Zukunft mehr auch die Abos. Und ja, was soll ich jetzt noch anderes sagen? Season 4 wollte ich ansprechen. Wir befinden uns aktuell schon in Season 4. Ihr seht hier meinen Charakter, den ich mir schon erstellt habe. Wir sind mitten im Game drin. Und ja, Atlas Let's Play Together geht weiter. Wird weitergehen. Eine neue Staffel wird erscheinen. Und seid gespannt, was euch da als Überraschung erwartet. Ich verabschiede mich für diese Folge, für diese Season, für diese Staffel. Und ja Leute, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Noch mehr würde ich es freuen, wenn ihr mir hier oben einfach mal ein Abo dalassen könnt. Eins dieser zwei Videos. Könnt ihr euch auch noch anschauen, wenn ihr das möchtet. Und liken. Und ja, in diesem Sinne Leute. Das war es von mir, GamingX Beast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss. ... Vielen Dank.